Liebe Kunden und Freunde der Haftpflichtkasse, heute wenden wir uns noch mal mit einer Videobotschaft an Sie. Keine Sorge, es wird kein langer Jahresrückblick, sondern wir nutzen die Gelegenheit, um Ihnen ganz herzlich Danke zu sagen. Danke für ein erfolgreiches Jahr mit Ihnen gemeinsam, geprägt von vielen Highlights wie der Einführung des neuen Unfalltarifs oder auch dem Erreichen der 200 Millionen Beitragseinnahmen. Wir hoffen, dass es Ihnen ähnlich geht wie allen Kollegen hier in Rostov. Sie blicken auf ein positives Jahr sowohl geschäftlich als auch privat zurück und sind voller Elan für die Aufgaben im nächsten Jahr. Wir wollen für Sie im nächsten Jahr wieder ein verlässlicher und serviceorientierter Partner sein und hoffen natürlich, dass Sie uns wieder gewogen sind. Und in diesem Sinne möchte ich es auch damit schon bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen im Namen aller Vorstandskollegen natürlich fröhliche, besinnliche und geruhsame Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Und ich möchte am Ende schließen mit einem bunten Bild, das Sie jetzt auch gleich sehen werden. Ein buntes Bild, das einer unserer Mitarbeiter initiiert hat, indem er alle Kollegen aufgerufen hat, für Kinder in Bosnien-Herzegowina Päckchen zu packen. Das haben wir auch getan. Knapp 300 Stück an der Zahl haben sich auf die Reise gemacht und werden hoffentlich für glückliche Momente dieser Kinder sorgen. Und mit diesen bunten Gedanken wünsche ich Ihnen nochmal im Namen aller Mitarbeiter alles Gute, schöne Feiertage und bis ins nächste Jahr. Ihr Stefan Liebig Merry Christmas Eid, Milad, Majid Buon Natale Sretan Božic Feliz Navidad Eid, Milad Eid Vielen Dank.